Hallo Freunde, jetzt kommt erst mal der angenehme Teil am Wochenende mit einer schönen Tasse Kaffee und frisch gebackenem Linserkuchen. Ja Freunde, jetzt geht es los mit Weihnachten. Ritschi war ja mal da und hat mir eine ganze Kiste Gear vor euch da gelassen. Da ist jetzt mal ein Teil davon hier drinnen in dem Schuhkarton. Da greifen wir jetzt mal rein und hauen hier mal was raus in einem 24 Stunden Glitzgewinn. Oder sagen wir mal so, die Dinger laufen immer so lang, bis ich das nächste Video mache. Und am Anfang mache ich dann die Verlosung vom vorherigen. Das kann dann am nächsten Tag sein oder am übernächsten oder es sind drei Tage. Aber so ein, zwei, drei pro Woche wird es geben. Also wartet mal nicht zu lange mit dem mitmachen. So, was nehmen wir denn heute hier schönes aus dem Weihnachtskalender für euch raus? Ich würde sagen, von dem, wo wir gerade am meisten haben. Genau, da habe ich so Sets zusammengestellt. Von dem Set, fangen wir doch mal mit dem an, weil von dem Set habe ich drei Stück. Was haben wir da schönes. Ein Set, ein Victorinox Set, bestehend aus einem dieser coolen Victorinox Schärfer. Dual Messerschärfer. Dann ist hier noch mit drin ein Victorinox Lanyard. Und eins dieser coolen, verwende ich auch selber, Nagelwerkzeugen von Victorinox. Die sind wirklich cool. Na, das ist hier so ein Nagelclipser mit Nagelfeile und zum Nägel sauber machen. Auch gerade gut für die YouTuber, da kann man vor dem Review nochmal schnell die Nägel sauber machen. Sehr gutes, professionelles, hochwertiges Pediküre, Maniküre, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Hier ist ja Fremdwörter und so. Imprägen hier mich mal gar nicht. Cooles Nagelwerkzeug. Auch von Victorinox Stainless Stil. Gute Qualität. Richtig schön scharf. Also hier ein kleines Victorinox Set. Hau mal heute raus im Weihnachtskalender Giveaway. Also gleich mitmachen. Wie könnt ihr mitmachen? Ganz einfach. Kommentar drunter unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Dass ihr da Bock habt mitzumachen. Und dann werde ich eben, wenn ich das nächste nehme, noch die Verlosung von dem vorne dran packen. Also vielleicht übermorgen. Wenn wir das jetzt hier so am Montag starten, dann vielleicht über Mittwoch mal gleich die nächste Action. Und dann wieder am Freitag eine. So hangeln wir uns jetzt durch die Wochen bis Weihnachten. Und ja, hier Giveaway Nummer 1. Kleines Victorinox Spezial Set. Wer Bock hat, Kommentar in die Kommentare. Und ihr seid mit dabei. Ich genieße jetzt hier noch meinen Kaffee und meinen Inserkuchen. Und euch wünsche ich viel Spaß. Ciao, euer Hibbi. Bis zum nächsten. Und nicht drödeln, Leute. Ich will keinen Gejammer hinterher. Oh, ich hab's verpasst. Gleich mitmachen. Ciao. Tschüss.